die nachfolgende sendung ist nicht für zuschauer ohne humor geeignet malzeit freunde herzlich willkommen zu einem neuen video von mir eurem verleihen leute was geht hier ist wieder euer stralikala moment mal falscher kanal wissen noch hier auf du scheiß telefon mann ich klatsch dich gegen die wand in der beziehung paar tipps von uns ich bin nämlich beim führerschein theorieprüfung durchgefallen wie man beim führerschein feld 3.9 nicht bestanden ich könnte so austicken alter machst ihn einmal verstehst du nicht okay zweimal ja scheiße dreimal bist du blöd viermal du wischen mit du bist eine richtige missgeburt jetzt haben wir die skorpion ne ziemlich coole sache hier ist die neue skorpion habe ich gerade entworfen kann man sich vorne dran festhalten frangie 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 bring ich mir noch einen weizen nummer eins geh du nigger bring mir noch einen weizen geh ich hab gerade überhaupt keinen punkt dich da anzumelden sooo liebe leute so frangie ist heute am start ich spiel heute runde mit euch korn früdi boah alter ey unumau war die sache denn das muss ich unbedingt haben was engi wo ist mein weizen geh hast du mir nicht mitgebracht dreh ich mich auf einmal um sehe ich hinter mir sooo meine damen und herren ja ich hätte gern auch noch einen weizen ja oder ich will auch noch einen weizen ich bin es nämlich kein alter babumbo habe ich will einen weizen bestellen ich kann für so frangie ich will noch einen weizen geh zieht der frangie da komplett aus ey er ist unser barkeeper da ey bringt ein weizen nach dem anderen ein weizen nach dem anderen und ich denk so what the hell zum abschluss gebe ich einfach nochmal einen dicken gruß an alle kommentatoren raus ich zücke meine intervention ich habe euch ganz ganz doll lieb ja ihr seid die absolut besten kommentatoren die es auf dieser welt gibt ansonsten sage ich leute ich danke euch dass ich euch habe und wir hören uns im nächsten video euer nico cut